Seit ihrer stürmischen Hochzeit auf Sylt im Juli 2022 haben sich Finanzminister Christian Lindner und Journalistin Franka Lefeld in ihr gemeinsames Liebesnest zurückgezogen. Nun gut drei Monate später haben sie endlich ihr strahlendes Ehepaardebüt. Und zwar auf dem Staatsbankett für das spanische Königspaar im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büddenbender sowie auch König Felipe erscheinen zur Empfangsbegrüßung ganz klassisch in schwarz. Königin Letizia hat hingegen ganz andere Fashionpläne. Sie setzt auf Farbe und überrascht in einem eng anliegenden Boden lang Kleid mit Schleppe, ganz in Rot. Doch Letizia von Spanien ist nicht die einzige strahlende Fashion-Ikone des Abends. Auch Franka Lefeld zeigt Modegespür und funkelt jedes Mal, sobald sie sich in ihrer silbernen, palettenbesetzten Armdrube bewegt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Lindner legt sie einen selbstbewussten, glamourösen Auftritt hin. Kein Wunder also, dass Königin Letizia Frankas Outfit ganz genau mustert, als sie sie mit einem festen Händedruck begrüßt.